Dieser Mercedes-Benz Sprinter ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in diesem großen weißen dreitürigen Ben Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 147.000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2008. Der Ben besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Sitzheizung, elektrische Fensterheber, ABS und vieles mehr. Der Benziner hat eine Leistung von 156 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.